Herzlich willkommen am Atominstitut der Technischen Universität Wien. Das Atominstitut ist das größte von vier Instituten des Fachbereichs Technische Physik und befindet sich in der Außenstelle im zweiten Wiener Gemeindebezirk in der Nähe des Praters. Es wurde 1958 als unabhängiges Forschungsinstitut aller Universitäten gegründet und 2002 in die TU Wien integriert. Heute forschen und arbeiten am Atominstitut neben Diplomaten und Dissertanten etwa 120 Forscher aus aller Welt. Wir sind besonders stolz auf unseren Forschungsreaktor, der heute der einzige Reaktor der Republik Österreich ist. Mit ihm wurden bereits 1974 bahnbrechende Experimente zur Interferenz von Metronen durchgeführt, die als die Geburtsstunde der Quantenphysik gelten. Seitdem werden hier vielseitige Fragestellungen zum Thema Radiochemie, Metronenphysik, Archämetrie, Dosimetrie und Strahlenschutz untersucht. Kennen Sie die Inspektoren der Internationalen Atomanlagebehörde IAER, die in der ganzen Welt Atomanlagen kontrollieren? Die beginnen ihre Ausbildung hier bei uns am Reaktor. Und was machen eigentlich die Forscher am Atominstitut? Sie arbeiten in acht Gruppen und versuchen das Verhalten von Materie und Strahlung auf der Ebene der Atome zu verstehen und für uns alle nutzbar zu machen. Und dieses Wissen wird natürlich auch weitergegeben. Was mir am Atominstitut besonders gut gefällt ist, dass man hier neben vielen Vorlesungen und Seminaren auch praktische Erfahrungen im Labor sammeln kann. Das hat mir auch schon während meines Studiums die Möglichkeit gegeben, hier in eine tolle Forschungsgruppe einzusteigen. Und diese Begeisterung für Physik versucht das Atominstitut auch in der nächsten Forschergeneration zu wecken. Mehr als 100 Schulklassen und interessierte Besucher kommen jedes Jahr zum Atominstitut, um für ein paar Stunden den Forschern auf die Finger zu schauen. Vielen Dank. Vielen Dank.